Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute kommt ein ganz besonderes Video und zwar ist vor kurzem ein neues Familienmitglied bei uns eingezogen und zwar meine Collie Hündin Amy. Sie ist aktuell zehn Wochen alt und mega lieb. Ich habe dich vom Anfang an mitgenommen. Hier siehst du wie wir Amy das erste Mal besuchen. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Video und hoffe du bekommst keinen Zuckerschock. Los geht's, auf zu der süßen Amy. Als ich Amy das erste Mal besuchte, war sie gerade mal 16 Tage alt. Sie war noch richtig klein, so wie ein Meerschweinchen. Mega lieb. Musik Musik Beim zweiten Besuch war Amy schon vier Wochen alt. Sie ist schon ganz schön gewachsen in dieser Zeit. Sie ist richtig groß schon geworden. Musik 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 Mit sechseinhalb Wochen haben wir sie nochmal besucht. Da war sie schon richtig groß und hat mit ihren Geschwistern gespielt. So süß. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020